ja hallo meine potzi bärchen und herzlich willkommen zu kochminister verbrennt jetzt mal ohne scheiß folgt mir für mehr life hacks auf diesem kanal ihr habt ein fruchtfliegenproblem das ist ganz einfach ihr nehmt einfach ein feuerzeug und ein totales billigdeo das habe ich mir für 69 cent im real gekauft und dann macht ihr einfach hier das feuerzeug an ja und dann kontrollierte feuerstöße und fruchtfliegen problem ist gar kein problem mehr danke war alles und jetzt tschüss und noch einen schönen morgen mittag oder abend bis dann tschüss